Hallöchen und herzlich willkommen, meine kleinen Kartoffelchen, zu einer anderen Folge Skywars. Ganz kurz vorab, die Leute, mit denen ich da gespielt habe, die wussten nicht, dass ich aufnehme. Also dementsprechend unvorbereitet sind die auch für diese Aufnahme und dementsprechend lustig war es dann auch für mich. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge und habt einen tollen Tag. 13! Moja! Ja? Ich invitete diese Person. Ja! Oh, Sassi hat heute ein Teammitglied, das geht nicht. Ja, also Mordi, wir müssen dich jetzt leider hier verabschieden an dieser Stelle. Sassi darf das Spiel leider nur alleine spielen. Damit sie gar keine Chance hat. Und uns alle hasst und dann geht sie weinen und das ist unser Ziel. Ihr könnt auch sagen, dass sie wein geben soll. Ja, geh mal weinen, bitte. Nein. Caro, es geht los! Ich bin schon dabei. Ich bin viel schneller wie du. Gar nicht. Du bist nämlich langarschig. Ich habe gerade nicht lahmarschig, sondern langarschig gesagt. Ich habe auch einen abgegraben. Und auch noch einen abgegraben. Und das auch mir. Und der ist mir. Und der ist mir. Das ist sie tot. Wirklich? Ist das sie tot? Ja! Nein! Die Pfeil hat mich weggesprengt. Das ist sie. Nein. Ja, siehst du. Und genau deswegen kriegt Sassi normalerweise keinen Teammate. Ich habe nur noch fünf. Toll. Vier. Caro. Ist sie auch runtergefallen. Oh, Morgi! Toll. Toll. Wo sind welche? Die kommt zu uns. Wie kommt sie umgebraucht? Oh, ich habe... Einer ist runtergefallen. Habe ich. Habe ich keinen? Ich habe keine Pfeile. Ich raste aus. Was macht der da gerade? Scheiße. Dein Rang ist gezündet. Warum gerät sie denn zu dem? Ja, komm doch! Ich hatte eh nur noch vier Herzen. Oh, dann gefallen. Oh, Caro ist schlecht. Ja, ich wollte nicht in die Lava rennen und da waren kann doch. Hey, ich habe ihn gekillt. Du nicht. Ja, ich hatte ja auch nur vier Herzen. Warum rennst du denn auf den Zug mit vier Herzen? Ja, weil ich das geil finde. Ich möchte den Schwierigkeitsgrad etwas anhühen. Ja, genau. Spielen wir nochmal? Ja. Ja. Ich möchte nicht mehr mit Caro spielen. Ja, dann muss Rocky leider mit Sassi spielen. Ha! Ich spiele lieber ohne Sassi. Wo ist denn Sassi? Sassi will keine Party mehr mit mir machen. Sassi, schnell drauf, drück drauf, drück drauf, drück drauf. Hast du drauf gedrückt? Oh Gott. Nein! Jetzt ist mir alleine. Sassi! Oh Gott sei Dank, ich habe wenigstens gar keinen. Besser als Sassi. War gerade noch voll panisch nach Sassi gerufen. Ja, weil ich dachte, dass ich sonst irgendwen anders kriege. Aber so ist das ja noch viel besser. So habe ich wenigstens alles für mich. Wuhu! Kannst ruhig sagen, dass ich scheiße bin. Du bist schnicht, heiße. Da hättest du selbst jemanden im Team haben können, der dauerhaft stirbt. Das hätte doch kein Unterschied. Doch, der Team ist so verlor. Okay, ich habe nichts gesagt. Danke, Mori, für diese Unterstützung. Bitte. Sehr, sehr gerne. Oh nein! Das ist tot. Ja! Oh nein, doch nicht. Ah! Vor allem ihr schreiend. Ja. Hallo! Coco! Aber wieso schmeiße ich den Pfeil wirklich dumm aus? Dummbold? Was ist denn ein Dummbold? Weiß ich doch nicht. Dummkopf. Hoffe ich. Das ist nur noch so ein Auto, warte. Übel der Dummbold. Uff! Voll. Ja, guck mal. Da ist jemand. Hier drinnen, bei der Chest. Ja, ich komme, wenn ich reinkommen würde. Help! 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 Caro, renne um dein Leben! Nee, ich habe gewonnen. Ich bin der King. Weah! Ich glaube, da liegt ein Bier-Schwert. Au! Au! Au, ich da war. Lass Caro in Ruhe. Ja, danke, dass du auf mich als erstes gehst. Ja, die verwundeten Personen zuerst. Arsch, Fels. Hättest du nicht Sassi töten können? Ah! Nein! Noch! Nein, flieg nicht runter! Tschüss! Oh, das ist gut. Du gehst doch nämlich auf Sassi zuerst. Genau. Ja. Ja, weiß nicht. Ich fand das hier irgendwie einfacher gegen zwei. Das war halt wirklich irgendwie easy. Ja, weil ich schon halb tot war. Ja, genau. Und das ist ja das, was man aussetzen sollte. Oh, nein, nein! Was war das denn? Dein Teammate ist leider weg, Sassi. So ein Arsch. Sag doch, Arschlitz. Ach, wie do... Wie dool. Wie dood. Ja, guck mal, was man hier so alles Tolles kriegt. Ganz viele Autos. Ja. Wo, Sassi, baust du dich jetzt wirklich ein? Wo ist Sassi? Da. Oh, Sassi. Wim, da hast du sogar noch ein Auto übrig. Bis Sassi von ihrer eigenen Lava getötet wird. Das war nicht ihre Lava. Nein! Tschüss, Sassi. Ich sag ja, es ist einfach alleine. Alleine ist einfach sehr, sehr einfach. Ha. Besonders, wenn man den richtigen finanziellen Unterstützer hat. Wen denn? Mich. Pff, also. Ich teame nie wieder mit dir. Ha, 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 ha. Ich teame. Teamen, weißt du, sie war gerade beim gegnerischen Team und hat einfach hart verloren. 24. 24. Hab ein Herz weniger. Wehr. Ja. Noch ein Rotter Block. Noch ein Herz mehr. Das machst du immer nur, wenn ich dabei bin. Ja, natürlich, weil dann hab ich ja noch jemanden, der mich eigentlich beschützen könnte. Mach ich aber nicht. Ja, deswegen. Ja, deswegen wurdest du erst recht geblöckern. Ja. Ach, du bist explodiert. Nee, mein Po ist explodiert. Soll ich dir später nochmal ein Foto von meinem Po schicken? Ist eigentlich Mordi dabei? Warum redet sie? Karo, du bist explodiert. Mein Po ist explodiert. Ach. Ach. Hallo. 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 Wattung. Ha! Jetzt geht's wieder. Wem, das war knapp? Ja, wegen dir. Ich hab schon wieder zu viele rote Blöcke abgebaut. Toll. Das sind außerdem ganz viele rote Blöcke bei uns, Karo. Ein, zwei weniger. Drei weniger. William, lass es. Ein mehr. Ach, schon wieder eins weniger. Oh, die. Ja, ich will meine Hetzen wieder haben. Ja, ich will meine Hetzen auch wieder haben. Eins weniger. Toll, Karo. Hör doch jetzt auf, Karo. Hör du doch auf. Ich hab doch schon aufgehört. Ja, ich hab jetzt viele Hetzen. Was war das denn? Oh Mann, aber wenn du auch einmal angefangen hast, diese roten Blöcke anzubuddeln, ich glaub, da ist einfach eine negative Chance. Ich glaub, du hast fast keine Chance, deine Herzen wieder zurückzukriegen. Ja, ist echt so. Es ist egal, was du tust. Vielleicht verarsch ich sie jetzt mal. Ich hab' ein Auto. Was? Du hast ein Auto? Guck mal, jetzt hast du wenigstens kein Mensch, wenn du noch die Herzen hast. Oder kommt hier jemand anderes mit dem Auto? Ich hab' ein Auto. Sehr gut. Au! Au! Au, 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 au! Wo denn? Ach, da. Von der Insel aus. Au! Hast du noch ein Auto? Caro, ich hab's noch ein Auto. In mein Auto? Ich hab' nur sieben fallen, aber. Caro, Rocky, ich glaub, der schießt dich ab. Ich hab' das Auto nicht. Ja, ach was. Ist weg. Ich hab' ein bisschen davon. Ich steh' ein, Caro. Das sieht du auch nicht. Oh. Du reißt es. Ne. Lebt der Typ noch? Ja, er kommt, er kommt, er kommt. Er hat sich selbst nicht losgesprengt, alles gut. Nein, das war ich. Nein, sie ist so gut. Ich hab' das Ding genommen. Caro, passt du jetzt auf den auf? Ja. Er kommt, er hat Autos, er kommt. Er ist, er ist unterwegs. Nein, das ist ja nur ein Auto. Jetzt kommt er. Lassi! Von hinten kannst du den einen töten! Jetzt nicht mehr, jetzt geht er zu Caro und Rocky. Hu! Komm her! Haben die denn? Nee, Flage. Nein, aber passt. Tschüss! Lassi, renn uns, ihr Lieben! Zubba! Zubba! So, wo müssen wir jetzt hin? Zimt Zubba! Zimt und Zubba? Warte, ich guck, wo der Zubba ist. Der Zubba ist... Ne, wir gehen jetzt erstmal zu Sassi. Nein, die geht nicht zu Sassi. Der hat sich da so eine hässliche Wunde gebaut. Da hinten ist bestimmt irgendwo Sassi. Wo ist denn Sassi? Zubba hat sich eine Wohnung gebaut. Uuuuuh. Ich hab wieder volle Herzen gekriegt. Guck mal, da ist Sassi. Mhmmm. Beim Mhmmm. Nein, ihr lasst jetzt Sassi in Ruhe. Geht erst zum Zubba. Ja. Warum baust du das grad? Was bringt dir das? Dass man mich nicht so einfach runterschmeißen kann, liebste Sassi. Mein Auto. Rocky, willst du dich lieber als Zubba töten? Nö. Ich geh zu Zubba. Was war das denn, Sassi? Oh, oh, der Hund. Oh, oh, der Hund. Ja, Sassi, was ist denn, hä? Guck mal. Ja, komm. Peti? Ja, komm, Sassi. Du musst ja in die Mitte. Nö, du musst. Tut sie nicht. Oh, Sassi, das war hart. Machen wir das mal lieber weg, dass du es auch nicht wieder aufnehmen kannst, ja? Daran kannst du dich nämlich ganz einfach verbrennen. Sassi! Nein! Sassi, also du hast ja nur noch ein Herz, würde ich mal sagen. Also ich hab ja nur... Also Mystery Chest ist offen. Ich hab ja nur ein Herz abgezogen gekriegt quasi, Sassi. Das war ja nicht so gut jetzt. Caro, jetzt geh doch mal zu dem Hausbauer. Also wenn ihr nicht wollt, dass der bald ein Luxushaus hat, dann... Caro, hast du Enderperlen? Nee. Hier. Hab's keine. Hier. Ich brauch kein... Ich brauch das Beutel dann. Ja, wir werfen die jetzt da rüber, dann sind wir schneller dort. Bisschen... Achtung! Bei der übernächsten Tür darfst du dich einfach durchrennen, weil... ...dein Loch ist. Achtung, Rocky! Du bist durchrennen. Wo ist denn der Kerl? Oben. Da, genau wo du stehst. Also quasi hinter der Tür, oder was? Ach nee, nicht hinter der Tür, der ist ganz oben drauf. Mhm. Dachte, jetzt hör mal, bist du. Ich hab 64 Spiele gespielt und davon... Er rennt grad raus, er geht von hinten rein. ...elf geworden. Komm zu dir rein. Er sollt bei der Haustür. Jetzt kommt der, glaub ich. Hab ihn. Gut. Gemacht. Alter, dem sein Haus war ja wohl mega unnötig. Ja. Vor allen Dingen, wenn du da einfach nur reinsneakst vernünftig, dann machst du daran halt einfach nix. ...